Hallo und herzlich willkommen liebe DMSG Community. Schön, dass ihr gerade wieder eingeschaltet habt hier zu diesem neuen Video. Und hier sitze ich heute in meinem Hängesessel, denn das ist auch meine Leseecke und ich halte mich heute bei der Begrüßung ganz ganz kurz, denn ich glaube das wird ein etwas längeres Video. Ich möchte euch aus diesem Buch nämlich etwas vorlesen und zwar ist das das Buch von der Heike Urban, das heißt Multiple Sklerose auf ins neue Leben mit MS auf neuem Kurs und Betroffene erzählen und machen Mut. Und ich bin auch angefragt worden, ob ich an dem Projekt mitmachen möchte und habe meine Multiple Sklerose Geschichte ganz detailliert hier nochmal aufgeschrieben. Also wirklich von 2014, wie ging es mir, wie war das erste Gespräch mit meiner Mutter nach der Diagnose, wie habe ich mit meinem besten Freund darüber gesprochen, wie waren die Ärzte zu mir im Krankenhaus, wie war überhaupt der ganze Weg hin zur Diagnose und wie habe ich es geschafft nach einer wirklich, wirklich langen Zeit, in der es mir nicht gut ging wegen der Krankheit, heute halt wieder ein lebensfroer Mensch zu werden. Und ich hoffe, dass die Geschichte, wenn ihr sie noch nicht gehört habt und mich noch nicht so lange kennt, Mut macht und dass ihr euch vielleicht auch da wiederfindet in manchen Situationen und eventuell bist du ja gerade in der Situation, wo es mir damals nicht so gut ging und kannst dadurch sehen, dass es dir am Ende auch wieder richtig gut gehen kann. Deswegen, ich würde sagen, ich starte einfach mal, ich lese das jetzt euch vor, das ist jetzt quasi eine Buchlesung, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Geschichte zu MS gewesen ist, wie eure Diagnose begonnen hat. Also wenn du magst, drück jetzt einmal auf Pause und schreib doch mal ganz kurz rein, wie das bei dir damals gewesen ist. Ich habe es schon einmal vorgelesen und bin bei einer guten knappen halben Stunde gelandet, weil ich zwischendurch Kommentare von mir eingebracht habe. Aber das würde ich heute mal lassen und wirklich nur die Geschichte noch einmal nacherzählen, denn ansonsten haben wir hier über 30 Minuten Video. Ich hoffe, das versteht ihr. Wenn ihr aber mehr wissen möchtet, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und ich antworte euch darauf. Ja, dann beginnen wir doch einmal. Ein Moment, der mein Leben verändert hat. Kevin Hoffmann. Mein Name ist Kevin Hoffmann, aktuell bin ich 29 Jahre alt und bekam die Diagnose Multiple Sklerose im Jahr 2014. Ich stand am Anfang meines Lebens mit einer Wunschzukunft von einem tollen Job, einer Familie, einem kleinen Häuschen und eventuell Kindern. Aber ich fange etwas weiter vorne an mit meiner Geschichte. Alles hat damit begonnen, dass ich während meines Work and Travel Halbjahres in Australien gelegentlich extreme Erschöpfung und Müdigkeit verspürt hatte. Allerdings habe ich mir darum keine Sorgen gemacht, denn ich dachte, es liege am Wetter dort. Zurück in Deutschland bin ich einem meiner größten Hobbys nachgegangen, dem Fitnesssport. Ich habe schon immer gerne Sport gemacht, wobei das untertrieben ist. Zum damaligen Zeitpunkt war es beinahe mein ganzes Leben. Ich ging vier bis fünf Mal die Woche trainieren, trank keinen Alkohol, aß meine Mahlzeiten auf das Gramm genau abgebogen und lernte eine Menge über den menschlichen Körper. Ja, das war mal, ne? Corona hat mir auch, ich glaube, ich habe seit Oktober keinen Sport mehr gemacht. Ja, lassen wir mal so stehen. Knapp zwei Monate nach meiner Rückkehr in Deutschland war ich mitten in einem Workout, als mir plötzlich in der gesamten rechten Körperhälfte die Kraft entschwand. Es fühlte sich an, als würde jemand mit einer Spritze meine komplette Energie aus der rechten Hälfte meines Körpers ziehen. Ich machte in diesem Moment Klimmzüge und fiel wie ein nasser Sack auf den Boden. Weiterhin dachte ich mir nicht viel dabei. Ich habe mir eventuell nur einen Nerv eingeklemmt, dachte ich mir. Doch dieses Gefühl kam dann im Stundentakt für jeweils zehn Minuten. Also besuchte ich meinen Hausarzt, dem ich erzählte, dass ich bereits in Australien so eine Situation während des Sports hatte. Allerdings einhergehend mit starken pulsierenden Kopfschmerzen. Also schickte er mich zum Neurologen. Dort wurden verschiedene Tests gemacht. Anfangs wollte man ein Aneurysma ausschließen. Tatsächlich wurde danach noch ein MRT gemacht. Ich kam wenige Tage später mit den Bildern vom MRT zum Neurologen. Er erkannte weiße Punkte auf meinem Hörn, was mir schon große Angst machte. Ich habe noch zu keinem Zeitpunkt an MS gedacht. Ich kannte die Krankheit auch fast gar nicht. Ich wusste nur, dass eine Freundin meiner Mutter das hat und ihr schien es sehr schlecht damit zu gehen. Doch bis zu meiner Diagnose sollte es noch viel länger dauern. Der Arzt sah die weißen Punkte auf meinen MRT-Bildern und sagte zu mir, das müssen wir mal beobachten. Ich kenne sowas nur von Menschen, die weit über 70 Jahre alt sind. Es ist sehr merkwürdig, dass sie das haben, aber es ist kein Grund, sich Gedanken zu machen. Ja, ich könnte jetzt ganz viel dazu erzählen, aber ich sage im Buch gleich genug dazu. Dieser Neurologe war damals bereits ca. 60 bis 64 Jahre alt und stand kurz vor der Rente. Ich glaube bis heute, dass er deswegen nicht gründlich genug war. Deswegen rate ich euch an dieser Stelle, dass sich jeder immer eine zweite Meinung bei einem weiteren Arzt einholen sollte. Weil ich dem Arzt vertraut habe, machte ich mir erstmal keine Sorgen mehr. Ich bewahrte mich auf eine andere Stelle von Kassel nach Wuppertal für eine Stelle und gab für den Umzug all meine Ersparnisse aus. Hätte ich das an dieser Stelle gewusst, dass es einen Verdacht auf MS gibt, wäre ich diesen Schritt niemals gegangen. Es ging mir wirklich wieder gut und für gute dreieinhalb Monate merkte ich keine weiteren Einschränkungen. Doch nach einiger Zeit fing es an, dass ich auf dem rechten Auge schlechter gesehen habe. Es begann ganz leicht am äußerten Rand des Auges. Es war leicht verschwommen und wurde von Tag zu Tag dunkler. Allerdings bin ich jemand, der immer zu spät zum Arzt geht und bis zum letzten Moment hofft, dass alles von alleine wieder weg geht. Ja, auch das ist kein guter Tipp. An dieser Stelle, das ist meistens die schlechtere Wahl. Je eher etwas entdeckt wird, desto größer ist meistens die Chance, dass sich etwas machen lässt. Das sollte ich wenige Tage später im Krankenhaus lernen. Nachdem ich beinahe von einem Auto angefahren wurde, weil mein peripheres Sichtfeld so stark eingeschränkt war, ging ich zu einem Augenarzt. Mein Arbeitsplatz war direkt der Sonnenausstrahlung ausgesetzt und die Sonne schien mir oft meist ins Gesicht. Zu dem Zeitpunkt hoffte ich, dass das Auge nur überanstrengend sei. Nach einigen Tests beim Augenarzt konnte dieser zwar meine Aussage medizinisch bestätigen und erkannte, dass ich tatsächlich an dem besagten Bereich des Auges nichts mehr sehe, allerdings lag es nicht am Auge, wie er sagte. Zu diesem Zeitpunkt hörte ich das erste Mal von einer eventuellen Sehnerventzündung. Daher empfahl mir der Augenarzt, wieder zum Neurologen zu gehen. Zwischen diesen zwei Arztterminen googelte ich das allererste Mal nach der Diagnose, eventuelle Sehnerventzündung. Tatsächlich kamen bei den ersten Treffern immer wieder auch die Wörter Multiple Sklerose vor. Auf einer Seite stand sogar, eine Sehnerventzündung ist zu 80% ein Symptom von MS. Da jedes Mal, wenn ich nach Kopfschmerzen googelte, Suchergebnisse zum Thema Krebs erschienen sind, machte ich mir auch keine allzu großen Sorgen bezüglich einer potenziellen MS-Diagnose. Es wird schon nicht das Worst-Case-Szenario eintreten, dachte ich da. Auch dazu später mehr. Während ich von Wuppertal nach Kassel gefahren bin, um einige Tage auf meinen Termin beim Neurologen zu warten, wurde mein Sehvermögen so schlecht, dass ich beinahe blind war und nur noch wie durch ein Schlüsselloch schauen konnte. Da kam schon ein wenig die Panik in mir auf, da ich es in Betracht zog, eventuell komplett blind auf einem Auge zu werden. Oder noch schlimmer, auf beiden Augen. Als ich endlich mit den Ergebnissen des Augenarztes beim Neurologen sein konnte, ging alles sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, als wäre ihm während des Lesens wie Schuppen von den Augen gefallen. Das hat mich schon etwas beunruhigt. Als er kurz darauf empfohlen hat, in eine spezielle neurologische Station zu gehen, die den Schwerpunkt Multiple Sklerose hat, wurde ich sehr nervös. Trotz allem versuchte ich, bis zuletzt hoffnungsvoll zu bleiben. Ich redete mir ein, dass mich bestimmt nur einem Moskito in Australien gestochen hätte und dass es eine Behandlung geben würde, die mich gesund macht. Ich hatte das große Glück, dass meine gesetzliche Krankenkasse die Kosten für eine private Klinik übernommen hatte. Wenigstens etwas Glück im Unglück. Ich war nur wenige Minuten dort und mir wurde gesagt, dass ich voraussichtlich drei bis sieben Tage dort bleiben werde. Mir war noch nicht bewusst, dass dies die schlimmsten Tage meines bis dahin gelebten Lebens werden sollten. Für die Ärzte vor Ort sprachen die MRT-Bilder schon klare Bände. Eine MS ist nicht auszuschließen, aber wir möchten gerne noch eine Dumball-Punktion bei Ihnen machen, um sicher zu gehen, sagte meine Ärztin. Okay, jetzt kommt ein kleiner, lustiger Part. Als wahrscheinlich Deutschlands größter Spritzenhasser war das der Endgegner aller Spritzen für mich. Um das Ganze mal etwas aufzulockern. Selbst meine kleine Schwester wäre tapferer gewesen. Ich schrie und weinte so sehr, dass ich schon begonnen hatte zu hyperventilieren und das ist halt wirklich so gewesen. Also ich hing kopfüber so, vorneüber, habe in mein Kissen gebissen und das war schon eine Sache, die ich nicht unbedingt nochmal machen wollen würde. Aber ich bin halt auch ein super großes Weichei. Also ich habe gehört, dass für andere diese Lumball-Punktion gar nicht mal so schlimm war. Aber für mich schon. Damit hatte ich in dieser Klinik den Rekord aufgestellt in das größte Weichei sein. Und ja, das steht hier auch so. Nun musste ich ein oder zwei Tage warten. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Dafür erinnere ich mich sehr gut an das, was nun folgte. Es war Wochenende und meine Ärztin, die bisher sehr nett war, hatte frei. Stattdessen kam ein Arzt mit ca. 5 weiteren Ärzten in mein Zimmer. Sie stellten sich rings um mein Bett herum auf. Mein Zimmermitbewohner sollte den Raum verlassen. Kurz zuvor ahnte ich nichts. Es war Wochenende und ich dachte mir, dass, wenn die schlechte Nachricht kommen sollte, ich Zeit bis Montag haben würde, um mich darauf vorzubereiten. Und selbst in diesem Moment dachte ich noch, dass mein Fall einfach nur etwas komplizierter sei. Aber auf keinen Fall MS. Eine Borreliose vielleicht, was ich immer nicht aussprechen kann, deswegen so komisch betont. Doch nein, der Arzt legte mir zwei Broschüren auf mein Bett. Also jetzt kommt wirklich der Hammer. Also das ist eigentlich auch das, was für mich damals wirklich, wirklich schlimm war, warum ich hoffe, dass wir hier mit unserer Aufklärungsarbeit vielleicht auch solche Menschen erreichen, damit das in Zukunft vielleicht ein bisschen empathischer funktioniert. Doch nein, der Arzt legte mir zwei Broschüren auf mein Bett. Ich habe mich aufgerichtet und Fragen darauf geschaut. Ich konnte gar nicht lesen, was dort stand, denn parallel hörte ich ihn sagen, ja Herr Hoffmann, die Ergebnisse sind eindeutig. Es ist Multiple Sklerose. Hier sind zwei Broschüren. Am schwarzen Brett ist ein Kontakt für eine Selbsthilfegruppe. Viele müssen heutzutage gar nicht mehr in den Rollstuhl. Wenn sie Glück haben, vertragen sie die Medikamente gut. Fertig. Dadurch füllten sich meine Augen direkt mit Tränen und ich hatte das Gefühl zu fallen. Es gab keine Chance mehr, den Arzt irgendetwas zu meinem Leben mit der Krankheit zu fragen, da er mit seinen anscheinenden Schülern direkt mein Zimmer verlassen hatte. Ich saß dort ganz alleine. Kein Angehöriger war vor Ort. Nur mein Zimmermitbewohner, der in dieser Zeit ein richtiger Freund wurde. In Klammern, er hatte das Glück, nur eine Borreliose gehabt zu haben, die, soweit ich weiß, vollständig geheilt werden konnte. Als allererstes rief ich meine Mutter an. Als sie den Hörer abgenommen hatte, waren meine ersten Worte. Mama, dein Sohn wird sterben. Oder ein Krüppel. Mein Leben ist vorbei. Ich habe so viel Angst, ich will nicht leben. Ich stehe doch direkt am Anfang von allem. Ich werde arbeitslos und muss in ein Pflegeheim. Ja, vielleicht sage ich da ganz kurz was zu. Also ich hatte damals wirklich von der Krankheit keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, ob sie tödlich ist oder nicht. Und MS oder Multiple Skroße hörte sich einfach nur nach einer wirklich sehr schlimmen Krankheit an. Was sie ja auch ist. Aber ich hatte, wie gesagt, gar keinen Hintergrundwissen. Und das waren meine ersten Gedanken damals. Und die hatte ich auch noch eine ganze Zeit später. Während sich meine Angehörigen sofort auf den Weg in die Klinik machten, die von zu Hause 55 Minuten Autofahrt entfernt lag, rannte ich aus dem Krankenhaus raus, in den daneben liegenden Wald. Ich habe mich auf einen Ast auf den Boden gesetzt und so schlimm geweint, wie wahrscheinlich noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Ich hatte in diesem Moment Todesängste. Ich wusste nichts über MS, außer dass die Freundin meiner Mutter am Rollstuhl sitzt und tagelang zu Gemüse wird, wenn sie ihre Spritzen bekommt. Ich habe daraufhin direkt meinen besten Freund angerufen, den ich mehr als mein halbes Leben lang kenne. Ich sagte ähnliche Sachen wie im Gespräch mit meiner Mutter. Meiner damaligen Freundin sagte ich kurz darauf am Telefon ebenso das Gleiche. Alle, die ich anrief, weinten am Telefon. Gemeinsam kamen sie alle am selben Tag noch zu mir in die Klinik. Ich war so überfordert, dass ich absolut nicht empfänglich für irgendeine Art von Informationen war. Sie meinten es alle gut und googelten um mich herum, was man nicht alles machen könnte. Ich war wie eine leere Hülle. Es war die pure Verzweiflung. Anders kann ich es nicht beschreiben. Alles vorbei, was ich zu diesem Zeitpunkt für mein Leben geplant hatte. Alles, was ich mir mit 24 Jahren für meine Zukunft mit 30 ausgemalt hatte, wirkte unerreichbar. Stattdessen würde ich von allem das genaue Gegenteil bekommen. Kein Job, keine Karriere, keine Familie, kein eigenes Haus, kein Sport mehr, keine Partys oder Urlaube mit Freunden, niemals die Welt entdecken und meinen größten Raum von einer Zeit in Japan. Das vorhin erwähnte Worst-Case-Szenario war eingetreten. Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, bin ich traurig und froh zugleich. Es war ein traumatisches Erlebnis und dennoch habe ich es überlebt. Und ich bin heute stärker als jemals zuvor. Diese Prüfung wird nie enden und ein Leben lang an mir zehren. Doch jeder Sieg wird mich auch ein bisschen stärker machen. Von solchen Gedanken war ich damals noch mehr als zwei Jahre entfernt. Ich werde am Ende meiner Geschichte darauf zurückkommen. Ich kann ab diesem Moment gar nicht mehr auf jeden einzelnen Tag eingehen. Ich erinnere mich zwar noch an sehr viel, aber das würde an dieser Stelle den von mir geplanten Rahmen sprengen. Es gibt auch viele Videos von mir aus dieser Zeit, die ich nach den Jahren nach meiner Diagnose auf YouTube veröffentlicht habe. Also hier, herzlich willkommen bei der DMSG Community. Ich habe für den Zeitraum vor fünf Tagen eine Infusion erhalten. Das habe ich sehr unterschätzt. Dieses Medikament hat stark auf meinen Gemütszustand geschlagen. Mich nachts wach gehalten und weil ich weiterhin aß, als würde ich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, habe ich acht bis zehn Kilo zugenommen. Es hatte aber den großen Vorteil, dass ich täglich besser sehen konnte. Zwar nur zu 80 Prozent bei meiner Entlassung, aber in den darauffolgenden sechs Wochen habe ich meine Sehkraft zu 100 Prozent zurückbekommen. Daraufhin war ich mit der Frage konfrontiert, ob ich eine Basistherapie machen möchte. Viele sagten mir, MS sei nicht mehr so schlimm wie vor 20 oder 30 Jahren. Und ich dachte, das kann ja nur an der sich verbesserten Medizin gelegen haben. Heute denke ich, dass es ein Pfeiler sein kann in der MS-Therapie. Man die Krankheit aber ganzheitlich therapieren sollte. Auch dazu gleich mehr. Ich bin von Kassel nach Hannover gefahren, weil sich dort eine sehr gute Ärztin befinden sollte, die auf MS spezialisiert ist. Dort habe ich mich ausführlich beraten lassen zu den verschiedenen Medikamenten. Alles, was mit einer Spritze zu tun hat, fiel für mich sofort raus. Schlussendlich habe ich mich im Ausschlussverfahren für ein Medikament entschieden. Eine Tablette, die ich morgens und abends nehmen muss. Bis ich damit beginnen konnte, vergingen ein paar Wochen, da ich einen Termin bei einem guten Neurologen in Kassel haben wollte. Zu dem, der meine MS nicht erkannt hat, wollte ich nicht mehr zurück. Mein neuer Neurologe ist in meinen Augen sehr gut und geht angemessen auf mich und meine Bedürfnisse ein. So nehme ich jetzt ein Medikament seit ungefähr sieben Jahren. Ich vertrage es bis heute ganz gut, bis auf die Nebenwirkung Flasch, die ich ein bis dreimal pro Woche habe. Habe ich auch schon hier ein Video zugemacht auf der DMSG-Community. Mir wird warm, meine Haut rot und es juckt mich teilweise an den geröteten Stellen. Das hält ca. 10-30 Minuten an und ist unterschiedlich stark, aber absolut aushaltbar und im Vergleich zur sonstigen Nebenwirkung kein Problem mehr. Zu Anfang hatte ich Panik, ebenso wie vor der Einnahme der Kapsel. Ich sagte mir vor dem Schlucken, ab jetzt bin ich offiziell chronisch krank. Für den Rest meines Lebens muss ich Medikamente nehmen und das schon mit 24 Jahren. Es verdeutlicht mir die Krankheit und lässt sie mich nie vergessen, da ich bei jeder Einnahme daran erinnert werde. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Job nach gerade mal vier Monaten Wuppertal aufgegeben und zog nach Kassel zurück. In Wuppertal kannte ich niemanden und um ehrlich zu sein, war der Job mein größter Fehler. Ich fühlte mich dort nicht wohl und bis heute bin ich DMS zumindest in einem Punkt dankbar. Sie war die perfekte Ausrede, um mich wieder zurück nach Kassel ziehen zu lassen. Aber ich war arbeitslos und chronisch krank. Ich verfiel in eine Abwärtsspirale inklusive depressiver Schübe. Ich habe im Internet nach Informationen gesucht oder vielmehr nach Menschen in meiner Situation. Jemand, mit dem ich mich identifizieren kann. Jemand, der bereits in derselben Situation gewesen ist. Doch alles, was ich gefunden hatte, waren ältere Menschen, die bereits Kinder und eine Karriere hatten. Oder Ärzte, die in ihrer Sprache über die Krankheit aufklärten. Ich fühlte mich total alleine mit der Krankheit und meinen Gefühlen. Es gab viele Menschen, die für mich da sein wollten, aber ich hatte immer das Gefühl, sie würden mich nicht verstehen können. Ja, deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt sagen, die DMSG-Community haben. Weil jetzt gibt es Ansprechpartner in allen Altersklassen, aus allen Schichten, sage ich mal. Und da ist eigentlich für jeden immer jemand dabei, wo man sich mit identifizieren können sollte. Dass jüngere Leute sind, mittleren Alter oder auch ältere, die Erfahrung mit DMS haben. Mann oder Frau. Wir haben hier wirklich, denke ich, für jeden immer den oder die perfekte Ansprechpartner drin. So. Es folgen zwei sehr unschöne Jahre für mich. Tägliche Angst vor dem, was eventuell jeden Moment passieren könnte. All die Dinge im Kopf, die ich mit dieser Krankheit nie erleben werde. Ich bekam zwar Jobs, aber nicht in meiner Branche und ich hasste sie. An dieser Stelle möchte ich vorspulen, denn so traurig und traumatisch meine Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt ist, bin ich bis heute auf eine Art und Weise froh, dass es kam, wie es gekommen ist. Es gab einen Schlüsselmoment, in dem ich die Krankheit akzeptieren konnte und sich auch mein Leben wieder mit Freude anfüllte. Was ich nun schreibe, könnte etwas klischeehaft klingen, aber es war tatsächlich so. An einem Frühlingstag habe ich mich mit einem Freund getroffen und wir gingen spazieren. Ich war, wie immer, nicht sehr glücklich und wollte mich ablenken. Wir machen an einer großen Wiese eine Pause, auf einer Parkbank. Es war sehr warm und sonnig, als es plötzlich anfing, leicht zu regnen. Wir saßen dort bestimmt 15 weitere Minuten und ich spürte einen einzelnen Tropfen auf meiner Haut. Wir saßen dort bestimmt 15 weitere Minuten und ich spürte die einzelnen Tropfen auf meiner Haut am Arm. Zusätzlich hat es begonnen, so schön zu riechen, wenn kalter Regen auf warmen Asphalt trifft. Ich habe diesen Moment so sehr genossen. Ich bemerkte, dass ich etwas spürte. Jetzt, in diesem Moment, fühlte ich meine Arme. Ich kann laufen, riechen und sehen. Das, was ich in diesem Moment erlebt habe, war kostenlos. Dafür brauche ich keine Karriere und kein Geld. Ein wunderschöner Moment, den ich plötzlich mit so viel mehr Dankbarkeit wertschätzte, als jemals zuvor. Tatsächlich, dank der MS. Ich stelle mir die Frage, warum ich meine Zeit damit verschwende, traurig und ängstlich zu sein, während all meine Symptome weg waren, nun schon seit fast zwei Jahren. Bis es mir so gut ging, wie heute, war es noch ein langer Weg. Doch an diesem Tag wurde das Fundament erschaffen, um wieder nach vorne zu sehen. Ich habe mir geschworen, dass jeder Tag und jeder Moment, den die MS keinen aktiven Einfluss auf mein Leben hat, dass ich diese noch viel intensiver genieße und das mehr als jemals zuvor. Von diesem Tag bis zum heutigen vergingen vier weitere Jahre. Eine Zeit mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Doch versuche ich heute, aus allem etwas Positives zu ziehen. So auch aus der Krankheit. Es gibt ganz klar einen Kevin vor und nach der Diagnose. Die neue Version gefällt mir besser. Ich habe das Gefühl, erkannt zu haben, was wirklich wichtig im Leben ist. Ich habe eine Antenne entwickelt für schöne Augenblicke, kann in ihnen leben und sie genießen. Materielles hat für mich massiv an Wert verloren. Ich arbeite heute sogar sehr viel und in Berufen, die mir Spaß machen. Die MS hat mir teilweise neue Karrierechancen eröffnet, nachdem ich lösungsorientiert habe zu denken. Wenn der Kopf voller Ängste und Sorgen ist, können wir nicht klar denken. Jeder von uns sollte sich die Zeit nehmen, erst einmal zu regenerieren und sich von dem Schock zu erholen. Das ist auch für euch, die gerade so gucken, ganz wichtig. Das dauert und braucht seine Zeit. Bei mir über zwei Jahre. Ich bin ein Beispiel dafür geworden, dass man auch mit MS ein schönes Leben haben kann und mit etwas Glück ebenso viele Jahre schubfrei sein kann. Ich habe trotz MS eine Partnerin gefunden, die ich sehr liebe und die mich liebt, so wie ich bin. Ich möchte noch erwähnen, dass für mich neben der zuvor erwähnten Basistherapie weitere Faktoren sehr wichtig sind bei meiner MS-Behandlung. Ich sprach von einer ganzheitlichen Therapie. Die weiteren Themen sind ebenso wichtig und sind in meinen Augen ein Grund dafür, dass ich einen recht milden Verlauf habe. Eine gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport und gesunde Gedanken. Mit regelmäßigem Sport bin ich aktuell auch nicht das beste Beispiel, aber ich hau bald wieder rein. Und da es in der Zeit nach meiner Diagnose niemanden gab, mit dem ich mich identifizieren konnte, habe ich mir heute zur Aufgabe gemacht, diese Person für andere zu sein. Daraus ist nach vielen Jahren Social-Media-Arbeit eine der tollsten Communities in Deutschland geworden. Einmal hier die DMSG-Community und auch meine Community, die ich noch auf Instagram habe und ich nenne sie die Kämpferherzen. Da ich dort unter meinem Synonym Kevin-Kämpferherz, ob ihr es sehen könnt, Kämpferherz, einen Ansprechpartner auf Instagram für Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen geworden bin. Wenn sich jemand mit mir nicht identifizieren, gibt es in meiner Community immer eine Person, die diesen Part für mich übernehmen kann. So wie jetzt hier. Wir sind heute in allen Altersgruppen, Geschlechtern, Berufsstätten und Interessen vertreten und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Die Autorin Heike Urban habe ich auch über diese Community kennengelernt. Sie ist auf Instagram unter dem Synonym UrbanHeike014 aktiv. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auf diesem Weg über Instagram die Gelegenheit erhalten konnte, an diesem Buchprojekt mitzuwirken und ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte anderen Betroffenen Mut geben kann. Ich fühle mich nicht mehr alleine, im Gegenteil. Gemeinsam sind wir stärker als die MS. Und da seht ihr mich noch. Ja, das war meine Geschichte. Meine komplette MS-Geschichte nochmal sehr detailliert erzählt. Ich habe hier schon oft drüber gesprochen, auch über diese Momente mit dem Regen auf der Parkbank. Den kennen einige schon. Und da ich es immer wieder wiederhole, merkt man, dass ich es mir nicht ausgedacht habe. Das war halt wirklich so. Und es gibt hier außer mir noch viele, viele weitere MS-Betroffene, die ihre Geschichte, so wie ich, geteilt haben. Deswegen wollte ich heute mal aus dem Buch vorlesen. Und ja, wenn ihr da Interesse habt, ihr findet es bestimmt im Internet. Den Titel habe ich euch ja genannt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert und wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Weil das hilft uns, das hilft uns ganz einfach mehr Reichweite auch zu bekommen und andere MS-Betroffene, die den Kanal noch nicht kennen, auch zu erreichen. Ihr dürft natürlich die Videos auch gerne teilen, aber das entscheidet ihr ganz einfach für euch. In diesem Sinne könnt ihr auch gerne noch abschließend bei der DMSG-Community auf Instagram vorbeischauen. Da haben wir heute öfter drüber geredet. Das kam im Buch, also kam es öfter vor, das Thema Instagram. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, schaut auch gerne rum. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt und wie eure MS-Geschichte so ist. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.